...stützen. Niegerin, na joo... Das brennt halt so hart. Ach, das geht schon. Das brennt so hart, da will ich nicht einsteigen. Flieg grad mit dem... ...transport-Heading an. Er fliegt an den Leuchtturm vorbei, ich spring da rein. Ein bisschen weiter nach vorne. Warte, kann ich aber von hier aus... Nee, warte, geht schlecht. Ach Gottchen, ich muss da im Crouch durchspringen. Jetzt... Bist drin? Ja. Boah, ich bin aus dem Leuchtturm rausgesprungen. Hier rein. Scheiß drauf. Warte, soll ich weiter craften? Soll ich weiter craften? Mach. Alter, dener wird sich so fett. Okay, Leute. Schnauze, ich bin nicht fett. Okay, Leute, ich hab... Ich hab nur schwer gekauft. Ich hab nur schwer gekauft. Und ich habe auch so 30.000... ...clove, das heißt, ich kann... Okay, Denny ist fett. Schnauze. Sonst würden wir nicht hochfliegen können. Denny ist fett. Leck mich. Wie, Denny ist fett. Gerade eben geht's doch. Geht's, gerade geht's. Wenn ich Samson's jetzt abballern, ne? Nee, ich glaub, die sind hoch genug. Sag nicht, wir werden jetzt abgeschossen. Sven packt jetzt schon mal die Waffen aus der Hand. Geht ne Gitarre? Na, ich weiß es nicht, ne. Denny? Ja. Ähm... Denny, könntest du einen Schritt voraus gehen? Dein Gesicht sagt grad alles. Einfach nein. Dein Gesicht sagt grad alles. Seht, dreht sich eigentlich mein Kopf. Dein Kopf? Nee, der kult einfach nur gerade. Wenn ich alt gedrückt halte? Nee. Ihr könnt eigentlich übrigens nur mit dem Kopf umdrehen, wenn ihr alt gedrückt haltet. Und die Maus bewegt. Und wenn ihr loslassen, wird der reset it. Leute, ich baue hier schon mal safe. Bauen? 5000 Fuel reicht draus, oder? Jo. So, Leute, seid ihr bereit für meine Skills? Ich mach wieder die Mauer Maria hinten. Da wird uns bloß jemand stürzt. Marcel, wo soll der... Die werden wir vorhin gebraucht. Marcel, der Fuel muss unten hin, ne? Da ist ein Fuel Barrel irgendwo. Ja, läuft doch. Perfekt. Digga, Sven, hast du hier gerade schon wieder... Hast du gerade ne kleine Version der chinesischen Wand gemacht, oder was? Ich mach hier wieder Mauer Maria hin. Digga, die chinesische Wand, Digga. Sven, hör auf. Sven, hör auf. Nein, lass mich. Sven. Lass mich, wir dürfen nicht gestört werden. Während unserer Arbeit. Hallo? Hör auf! Wie bin ich jetzt komplett blockt? Ich kann trotzdem weiter machen. Sven! Obwohl ich comment-block bin. Mancheinlich kann ich das passieren, während man comment-block ist. Aber das ist wichtig, Danny. Sonst werden wir angegriffen. Das ist nicht wichtig. Ja, aber... Stattdessen können wir hier... Stattdessen können wir hier aber... Stattdessen kannst du hier aber so ein kleines Hütchen bauen. Ja, was denkst du, mach ich so. Ich mach erstmal die Mauer Maria. Du machst definitiv gerade... Du machst definitiv gerade kein Hütchen. Ich mach gerade die Mauer Maria. Lass mich. Das ist alles... Das ist alles... Weißt du was? Du kriegst dein Hütchen. Ja, das will ich auch. Sven. Bitte sehr. Guck in den Wald. Was hast du gemacht? Also im Vergleich zu... Ich hab einen Ortstauer platziert. Also im Vergleich zur eigentlichen chinesischen Mauer... ...hat Sven das chinesische Geländer gemacht. Also ich fühle mich gerade wie in Frankreich. Eingesperrt zu sein. Frankreich hat ein kleines Loch, aber... Leute, wo ich mal so die Mauer und diese... ...Wachtturm sehe, ne? Stellt euch mal vor, man baut wirklich so ein typisches Militärlager. Ja. So RP-Style. Ja. So ein Kleanlager. Jetzt sind wir sicher. Ich fühle mich sicher ohne eine einzige Tür hier bei mir im Haus. Ja. Ähm, Leute, da ist ein Mini-Helie... ...Mini-Copter. Ja. Bis jetzt mal noch. Auf 20. Meiner, Besitzeigentum. Auf 20? Wo? In welchem 20, ne? Ich muss ihn vernichten. Man kriegt 10 Gold, wenn man einen vernichtet. Und es nicht deiner ist. Verpisst euch! Verpisst euch! Ich hab'n Spieler getötet. Was? Verpisst dich, verpisst dich, verpisst dich. Da lag einer. Da lag einer, Sven. Oha. Ich komm hier nicht raus. Sven, mach die scheiß Mauer weg. Spring einfach durch die Zwischenteile. Hallo? Kann ich nicht. Hallo? Die Mauer ist jetzt nicht so sicher. Die hat so viele Löcher. Sven, willst du mich verarschen? Du kannst da nicht durchspringen. Danny, komm mal kurz ein paar Meter zurück. Ich bin zu fett wie die Scheiße. Und noch einmal. Noch einmal. Komm, noch einmal. Ja, ja, ja. Komm, das schaffst du. Versuch's hier. Oh, ich fick ihn seine Mutter, Alter. Sven, ich verfluche dich, Alter, du Drecksau. Diese Mauer ist zu sicher für Danny. Er ist zu sicher. Lieber gepennt. Er ist zu sicher. Du kannst dich nicht benutzen. Warte, Danny, Danny, Danny. Geh weg, geh weg. Mach die Scheiße kaputt. Zehn Gold für den Mini-Kopter. Kannst du denn Granaten mehr werfen, oder was? Oh. So, damit wir noch sicherer sind, habe ich jetzt ein paar Watchtürme platziert. Oh nein. Na, fühlt sich schon sicher. Sag ich mal richtig, richtig, ähm, monoton gegenüber Amerikaner sein. Kannst du machen, ja. Hallo, mein Burger-eating-Oil-loving-Freedom-Friend. Huh. Das ist aber monoton gewesen. Uranus. Er rüstet die Mauer auf. Ich mach sie doppelt so fett. Da, wo es brennt. Oha. Wo brennt es denn? Am Kötzchen. Danny, siehst du die Watchtower nicht? Die Mauer hier vorne brennt weg. Okay. Marcel, einmal fliegt durch die anderen, bitte. Also, ich find das hier schon sehr viel sicherer. Ich probier jetzt den Server zum Abspierten. Nein, das brauchen wir nicht, das nicht. Backe, Zuri, bitte. Man muss sicher sein, hallo? Der Gegner kann von jeder Richtung kommen. Nein, Sven. Sven, nein, das ist definitiv nicht der Reihe. Jetzt hör mal auf hier. Ich fühl mich wie ein Gefängnis-Dinger. Leute, darf ich abheben? Ja, klar. Hau doch ab, bevor die Watchtower irgendwie den Weg blockiert. Du sagst nicht, Dennis' Hütte. Äh, da, wo sie steht. Womalte. Ja, da, wo sie steht, ne? Die ist übrigens durch Watchtowers blockiert. Nein, Sven. Kann sein. Nein. Kann sein. Nein. Nein, hör auf. Ja, ich glaub, ja. Ja, stimmt. Das ist der nicht so zähn. Dazwischen, ich hab die gar nicht gesehen. Sven, komm, wir flieg los. Die Forzen. Ich frag mich, wie lange das noch da bleibt. Gar nicht. So. Ein letzter Ausklug auf unsere Sicherheit. Die Atmungs hassen uns. Ich will mein, dass du siehst hier. Hä? Findest du das nicht sicher? Oh Gott. Das, das, ich glaub, das macht ein Hühnchen bilden. Oha. Hat sich ausgestiegen. Ich hab'n Rocket Launcher hier gefunden. Oh, nen Revolver. Python. Neh, mir den Rocket Launcher mit. Ich will den Revolver haben. Hä, wo hast du denn... Wo hast du die Airdrops geholt? Die kann man sich kaufen. Nein, nein, nein. Wo ist die Geburtfall? Ich bin da, wo ich bin. Wo brauchst du das? Komm, Sven, wir gehen. Ich schieße für die Rocket Launcher auf dich. Marcel. Negro in der Jo. Tchuuu. Ich hab noch nicht mal eine Rakete. Holy shit, Alter. Wie bist du da hochgekommen? Mit Heli, oder wie? Sven, glaubst du, den kann man noch starten? Jupp. Den kann man noch starten. No round, so. Jo. Okay. Einfach gerade fliegen. Siehst du? Schießer. Ach, du eilige Scheiße. Die haben auch die Mama Maria gemacht. Wir müssen an dem Heli vorbei. Ich flieg mal höher als der Heli. Sven, möchtest du snipen? Möchtest du snipen? Ich könnte es probieren. Die schießen da gerade auf den Heli. Ich hab einmal gehitet. Wirklich? Ja. Ach, du, ich soll die Leute snipen. Ja. Wo sind die? Da, wo der Heli hinschießt. Wo die Flammen sind. Oha, die sind da drin. Fieg mal gerade. Oha, der schießt die hart ab. Ne, ich sehe sie nicht. Also ich hab sie kurz gesehen, aber krieg ich nicht. Um, der schießt die hat. Ohe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaub das beste Shotgun Trap, die er platziert hat, war halt die wirklich oben. Ja. Wetten, er hat das selber nicht mal gemacht? Wetten, das war sein Teammate oder so? So, soll ich machen? Warte, da ist erstens noch ne Shotgun Trap, zweitens hier links um die Ecke ist ne Sentry Gun. Ja, deswegen soll ich machen. Soll ich anzünden? Warte, ich mach noch eben ne Kleinigkeit. I'm just a regular everyday normal motherfucker. Das lag. Ja. Pieken und schießen. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Das war nicht ganz ein Hit. Das war ein Hit. Komm mal hoch? Ja. Ich komm nicht hoch, so. Nie gründer, ja. Smoky. Tandy? Ja, ne. Doch, ja. Tandy, hier brennt's. It's burning. What the fuck? Mein Ars brennt. Du Ars geil. Oha, er verdreht mir die Ars-Wörter. Was ein Ars. Oha. Das liegt noch. Du bist dran. Ähm. Ich fuhr von der Shotgun Trap und von den Dings abgeschossen und hab 81 lebt. Yes. Ihr habt noch nichts zu verlieren. Oha. Marcel. Denny. Sie stinken. WTF? Fuck. Warum brenne ich, Mann? Was? Ich steh doch nur hier! Lasst mich doch in Ruhe, scheiß Flammen! Hallo! Sven? 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 Marcel? Mir geht's gut. Ich kann mich mit ne Spritze reinraben. Ich kann mich grad nicht bewegen. Ich auch! Ich got you, Homie! Ich got you, Homie! Ich got you, Homie! Ich rette Danny! Ah! Ich rette mich! Ich bekämpfe das Feuer! Die Spritzen brauchst du noch! Ah, keine! Ich bin Hälfte! Achtung, Achtung! Ich hab mir keine einzige gegeben! Achtung, Achtung! Ich gucke, ich gucke! Das ist ein Trapp! Die ist auch schlecht platziert! Nee, die ist diesmal... Why? Ist diesmal gut? Oh ne, die schlägt! Oh ne, die schlägt! Nicht, 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 nicht! Dann looten wir mal schonmal, Marcel! Loot auf 4! Oh mein Gott! C4! 11 C4 schonmal! Das ist schlecht! Das ist schlecht!